Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute Sie bei der aktuellen Ausgabe von Italian Secrets Gruß zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier. Vielen Dank, schönen guten Tag. Frau Heselmeier, heute reden wir mal nicht über den Gardasee oder über Francia Corta oder über die Vespa, sondern wir reden ein bisschen über Politik und Geschichte. Ja, genau. Zumal das ja gerade aktuell auch wieder mal ein Thema ist oder immer noch. Und das Schlimme ist ja, dass die Menschen einfach nichts lernen aus der Vergangenheit. Vielleicht zur Einordnung. Wir wollen über den Faschismus reden und über sozusagen die erste Hälfte des Faschismus. Im Oktober 1922 gab es den sogenannten Marsch auf Rom, der gar kein Marsch auf Rom war, aber in dessen Folge der damalige König Benito Mussolini zum Ministerpräsidenten ernannte, obwohl die faschistische Partei nicht die parlamentarische Mehrheit hatte. Hintergrund vielleicht noch. Es gab zwischen 1918 und 1922 eine sehr unruhige Zeit in Italien, denn Italien war eigentlich Verbündeter der sogenannten Mittelmächte, also Deutschland und Österreich Ungarns, war aber nicht in den Ersten Weltkrieg auf Seiten der Mittelmächte eingetreten, sondern 1915 auf Seiten der Alliierten und erhoffte sich natürlich durch den Kriegseinsatz dann eine gute Stellung nach 1918. Man muss auch noch wissen, dass in den Dolomiten sehr schwere Kämpfe in den sogenannten Isonzo-Schlachten stattgefunden haben, in denen die österreich-ungarische Armee stark gebunden war und es wirklich viele schreckliche militärische Aktionen gab, die hin und her liefen. Lange Rede kurzer Sinn, nach 1918 war Italien eigentlich pleite, war keine Großmacht, genauso wenig wie Japan, das auch auf Seiten der Alliierten gekämpft hatte und führte sich zurückgesetzt. Und es gab innere Unruhen, soziale Unruhen und in deren Folge, damit bin ich dann auch fertig, kam Mussolini an die Macht. Damals in starker Frontstellung gegen Sozialisten und Kommunisten und deswegen auch mit ziemlicher Anerkennung vieler Leute, unter anderem nachzulesen in allen Winston Churchill-Biografien, der Mussolini eigentlich einen ganz tollen Typen fand und einen starken Mann, blendend aussehend, humorvoll gebildet. Aber eben auch einer, der dann Anfang der 30er Jahre anscheinend in eine andere Richtung abdrifte und tatsächlich zum Diktator wurde. Und jetzt sind Sie dran und erzählen uns über Giacomo Matteotti. Genau. Ja, das ist natürlich schlimm, dass es immer wieder solche Menschen gibt, die mit ihrer Ausstrahlung, mit ihrem Charisma so viele Menschen anziehen und die letztendlich dafür sorgen, dass so viele Menschen hinter ihnen stehen und ihnen auch den Rücken stärken. Ich meine, wir haben nicht nur die Italiener, auch wir haben diese berühmte dunkle Vergangenheit. Und auch dieser Mensch war in der Öffentlichkeit so, dass ihm viele einfach freiwillig gefolgt sind. Man hat sich durch seine ganzen Versprechungen Verbesserungen versprochen. Man hat wirklich auf das gehofft, was er erzählt und genauso ging es den Italienern mit Mussolini. Viele haben ihm ganz einfach geglaubt, weil die Situation so schlimm war, so schrecklich war, dass man letztendlich nach jedem Strohhalm gegriffen hat und Mussolini war dann eben ein solcher Strohhalm. Aber dann gab es natürlich auch Menschen, die hinter die Fassade von solchen Leuten, von solchen Personen geschaut haben. Und dazu gehörte dann Gott sei Dank der Giacomo Matteotti. Wer war denn das? Ja, geboren ist er im Mai 1885 im Veneto in der Provinz oder Kommune Rovigo. Das ist nur, es ist nördlich von Ferrara und Ferrara liegt ja schon in der Emilia-Romagna. Er ist so circa 32 Kilometer nördlich von Ferrara gelegen. Also wirklich ganz, ganz nah an der Emilia-Romagna. Und er hat Jura studiert und hat sich sehr, sehr früh auch politisch engagiert und hat eben auch sehr früh erkannt, was Mussolini wirklich im Schilde führte. Entschuldigung, kannten die beiden sich? Kannten die beiden sich? Wissen die das? Soweit ich weiß, ja. Weil man muss wissen, dass Mussolini ja selber Sozialist war im Krieg und vor dem Krieg. Also von daher könnte es ja sein, habe ich vermutet, dass die beiden sich persönlich kannten. Ja, also ich gehe davon aus, ich meine ja, dass die sich auf jeden Fall gekannt haben. Also der Matteotti ist dann in die Sozialistische Partei Italiens eingetreten und war dann eben wirklich sehr, sehr schnell ein führendes Mitglied dort. Und da gab es im Jahr des Herrn, im Mai 24 gab es diesen Wahnsinnsakt von ihm. Da heißt es, Matteottis Mut und sein letzter Akt mit einer leidenschaftlichen Rede hat er eben im italienischen Parlament über diese faschistische Wahlmanipulation gesprochen, hat denen Manipulation vorgeworfen. Und ja, dummerweise konnten die Faschisten unter Mussolini das nicht akzeptieren. Und er wurde daraufhin am 10. Juni 24, also vor ziemlich genau 100 Jahren, entführt und ermordet. Und seine Leiche hat man dann erst im August des gleichen Jahres in einem Waldstück in Rom gefunden. Und posthum gilt er natürlich als Held, weil er Mussolini die Stirn geboten hat. Und auch wenn durch diese Tatsache, durch diesen Mord das Ansehen von Mussolini schon geschwächt war, hat er es trotzdem verstanden, die Menschen wieder auf seine Seite zu bringen, sodass er dann also nochmal so eine richtige Glanzzeit hatte. Und ich meine, bei dem, was wir gerade heutzutage erleben, da ist wirklich Vorsicht geboten. Und wir können aus solchen geschichtlichen Episoden so viel lernen. Und dass es doch wirklich um andere Dinge geht, dass es um das geht, für was eben Matteotti auch einstand. Gerechtigkeit, Arbeiterrechte, Demokratie, das sind auch heute immer noch die Werte unserer Gesellschaft. Und daran sollten wir festhalten. Nein, das Problem in dem Zusammenhang ist, dass ja Leute wie Mussolini die gleichen Werte behaupten, zu vertreten. Und tatsächlich ist es ja so, dass in verschiedenen Diktaturen es ja zunächst mal die Menschen augenscheinlich wirtschaftlich besser geht. Und sie denken, naja, ist ja alles in Ordnung. Ich habe wieder vollen Kochtopf und Heizung und ein Dach über dem Kopf, ohne zu erkennen, dass das möglicherweise mit Menschenrechtsverletzungen oder durch wirtschaftliche Verwerfungen erreicht wurde. Das kann nicht jeder erkennen, aber man kann sich ja wenigstens die Argumente anhören. Und deswegen ist es gut, dass Matteotti seine Stimme erhoben hat und darauf hingewiesen hat. Ich glaube auch zu wissen, dass dieser Mord an Matteotti dem Regime sehr geschadet hat und einen einen schwarzen Fleck auf die bis dahin angeblich Weiße Weste des Faschismus gebracht hat. Aber es hat eben noch 20 Jahre, 21 Jahre gedauert, bis der Faschismus dann zu Ende war. Und das Ende von Mussolini ist ja auch nicht sehr ruhmreich gewesen. Stimmt, ja. Ja, Mensch, Frau Hesemeyer. Ernstes Thema. Ja, ist nicht so touristisch und kulinarisch wie sonst bei uns. Nee, aber zwischendurch muss man auch mal über solche Themen sprechen. Auf jeden Fall. Vielleicht auch ganz einfach, um die Menschen so ein bisschen aufzurütteln. Ich vergleiche das jetzt mal mit dieser Blase, von der jetzt alle Welt redet. Wir sitzen irgendwo in unserer Wohlfühlblase und denken, das tangiert uns doch alles nicht. Ich habe doch mein tolles Leben. Mir geht es gut. Was schert mich das alles? Was scheren mich diese Probleme? Aber ehe man sich vorsieht, rasen diese Probleme, weil wir mittlerweile wirklich in einer globalisierten Welt leben, rasen die mit Karacho auf uns zu. Und wir haben aktuell die AfD, wir haben den Ukraine-Krieg, wo wir wirklich niemals mitgerechnet hätten, dass wir irgendwann in Europa nochmal wieder einen Krieg haben würden. Wenn ich mich mit Freunden, mit anderen Unternehmern, die in meinen Netzwerken sind, unterhalte, wir leben jetzt alle in einer Generation, wo wir wirklich niemals einen Krieg erleben mussten. Und ich bete wirklich zum Universum, dass es so bleibt. Ja, wobei ich das auf der einen Seite verstehe, auf der anderen Seite gab es ja schon Kriege, auch in Europa. Also denken wir an den Jugoslawien-Krieg, den Bürgerkrieg, denken wir an den Ungarn-Aufstand, an den Polen-Aufstand, an den sogenannten Prager Frühling, wo jeweils die Rote Armee einmarschiert ist und tatsächlich im Ungarn-Aufstand ja auch sehr viele Menschen gestorben sind. Das war ja keine unblutige, friedliche Aktion dort, sondern da wurde ja mit Panzern auf Menschen geschossen. Irgendwann wurde auch mit Panzern auf Menschen geschossen, als es am 17. Juni 1953 in Aufstand in Ost-Berlin und in anderen Städten und Dörfern, der da mal den DDR gab. Also das war schon so, aber ein so brutaler Krieg wie jetzt in der Ukraine, der ja eigentlich zur Vernichtung der Ukraine führen soll, nach Angaben des Kreml-Diktators Putin, der ist schon einmalig, da gebe ich Ihnen recht. Und das muss auch nicht sein. Frau Eselmeier, wenn wir jetzt eine Brücke schlagen zu dem, was uns, wenn uns die ganze Geschichte nicht auf den Magen geschlagen ist, dann kulinarisch heute zu Gemüte führen. Was haben Sie denn da als Rezept heute mitgebracht? Ich habe mal wieder etwas Schnelles, einen schönen Sommersnack mitgebracht. Das ist zur Jahreszeit. Das ist zur Jahreszeit, genau. Und zwar Zucchini-Röllchen. Die kann man auf so viele verschiedene Arten zubereiten. Wichtig ist dabei ganz einfach, dass man erstmal die Zucchini der Länge nach in Streifen schneidet, dann wirklich in so eine Grillpfanne legt oder auch auf den Grill, sie kurz gart. Und dann kann man sie füllen mit was auch immer man möchte, was der Kühlschrank so hergibt. Ich habe jetzt einfach mal eine Mischung genommen aus Feta-Käse, Frischkäse, getrockneten Tomaten. Und man kann natürlich auch noch eine Scheibe rohen Schinken auf die Zucchini-Scheibe legen. Und dann irgendwie eine Ricotta-Creme vorbereiten mit allen möglichen Kräutern, Gewürzen und das dann einrollen. Also da sind der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Und wenn man jetzt sagt, gut, es kommen acht Leute zu Besuch und denen möchte ich gerne ein bisschen was bieten, dann macht man halt mehr von diesen Röllchen mit vielleicht drei verschiedenen Füllungen und hat dann wirklich für jeden etwas dabei. Also ganz easy going. Klingt auch nicht aufwendig. Ist es auch nicht. Jetzt ist dann wie immer die Frage, Weißwein oder Roséwein? Ich habe heute mal einen Vino Fritzante ausgesucht, den ich jetzt ganz neu im Sortiment habe. Also ganz, ganz hervorragend für Balkon-Terrasse geeignet. Hat einen Schraubverschluss. Das bedeutet für Insider, es entfällt die Sektsteuer. Okay. Wir haben ja normalerweise auf jeder Flasche Spomante, Prosecco, Champagner, was auch immer, alles was eben diesen Drahtbügelverschluss hat, haben wir eine Sektsteuer in Höhe von 1,05 Euro, die Vaterstaat immer noch kassiert. Und ich glaube nicht, dass er irgendwann mal dieses Gesetz aufgeben wird. Kennen Sie den Ursprung der Sektsteuer? Ja, das war der Bismarck, der seine Armee damit finanziert hat. Genau. Ja. Also so alt ist die schon. Wurde immer mitgeschleift. Ja, also das ist der ganz große Vorteil, wenn wir so einen Vino Fritzante haben. Nachteil ist natürlich der, man muss die Flasche an einem Abend leeren, weil der Druck ist nicht so, wie auf einem normalen Prosecco oder Champagner, wo ich die Flasche dann wieder zumachen kann und ich mache am nächsten Abend, mache ich sie wieder auf und es blubbt noch wie beim ersten Mal. Aber ich denke mal, mit drei Personen, da sollte das auch kein Thema sein, oder nicht mal mit zwei Personen, so eine Flasche an einem Abend zu leeren. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann geht das schon. Die braucht man sich gar nicht zu geben, das schafft man auch so. Also Zucchini-Röllchen mit einem Brisante und dann kann der Sommerabend kommen. Ja, also ich gehe jetzt in die Küche und bereite die Röllchen vor. Alles klar. Bis dann. Bis zur nächsten Woche. A presto. Ciao. 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 Ciao.